Sie haben eine tolle Immobilie, mit der Sie viele schöne Erinnerungen verbinden, aber eigentlich benötigen Sie den Platz nicht mehr und vieles fällt Ihnen schwer? Wir sind seit vielen Jahren vor Ort tätig und sind hier in der Region fest verwurzelt. Der Verkauf einer Immobilie ist meist sehr emotional geprägt. Wir begleiten und unterstützen Sie daher mit der erforderlichen Sorgfalt und der nötigen Professionalität bei diesem Vorhaben. Wenn Sie sich dazu entschlossen haben, Ihre Immobilie zu verkaufen, stehen wir Ihnen mit dem ganzen Team und einem persönlichen Ansprechpartner zur Seite, um den bestmöglichen Käufer zu finden. Moderne Marketing- und Präsentationstechniken sowie eine professionelle Werteermittlung sind hierzu wichtige Faktoren. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die Vorgehensweise mit der größten Erfolgsaussicht auf den bestmöglichen Verkauf Ihrer Immobilie. Das Besondere ist, bei uns können Sie auch Teilleistungen in Anspruch nehmen. Das sind unsere eigens entwickelten Maklermodule. Dabei legen Sie individuell den gewünschten Leistungsumfang fest und bestimmen somit selbst, wie viel Sie in den optimalen Verkaufserfolg investieren möchten. Wir decken für Sie alle Leistungsbereiche eines Full-Service-Maklers ab und verstehen uns zeitgleich als Ihr ganz individueller Partner. Wir überzeugen mit unseren Persönlichkeiten Innovation und Transparenz. Wir wissen, wenn sich die Lebenssituation verändert, steht häufig auch eine Veränderung der Wohnsituation an. Die Sehnsucht nach einem neuen Zuhause, das den gegenwärtigen Bedürfnissen gerecht wird, wächst. Da das nicht leicht umzusetzen ist, braucht man einen vertrauensvollen Partner beim Immobilienkauf. Wir verstehen unseren Auftrag darin, die für den Käufer perfekt passende Immobilie zu finden und dabei für den Verkäufer den besten Preis zu erzielen. Beides kann nur gelingen, wenn man über eine starke Marktkenntnis verfügt und auf viel Verkaufserfahrung zurückgreifen kann. vr-emont-partner.de Einzigartig, fair und transparent.